servus und hallo zu einem neuen video auf meinem kanal und heute startet die bier pro karriere mit marceli pinio was ein einfallsreicher name ich weiß und ja wir starten in der erste bank eisogülliger ist jetzt eh schon mit dem e tv sv einfach aus dem grund weil einfach viel auch so ja wie soll ich sagen die jugendmannschaft ist die schon immer dass sie viele österreicher haben viele junge österreicher und raffel und grabner die beiden NHL stars die kommen ja auch aus villach und ja christoph krom valentin leila und so weiter lukas herzog ganz jungen österreicher die dort spielen und ja ich erkläre ich mal wie das jetzt ablaufen wird alles und zwar werde ich nur die tore und die shifts von meinem spieler zeigen jetzt in der ebel und dann wenn wir dann NHL spiel oder nordamerika halt dann kann man ja den bier pro modus selber verwenden also da spielt man wirklich nur sich selber jetzt mache ich so dass ich nur den center spiele dass ich halt wenn ich wenn ich das zeige dass halt dass ich halt nur dass er die reihen die machte assistenztrainer weil ich bin eigentlich nur ein spieler deswegen ich kann eigentlich nichts machen länger fünf minuten damit ein bisschen was zu sehen bekommt von dem spiel auch von mir dass ich ein bisschen länger am eis bleibe und ja wie gesagt nur die tore und die shifts von meinem spieler das andere das juckt eh keinen und ja dann wünsche ich euch viel spaß mit dieser serie schreibt mir in die kommentare was sie davon hält von der idee das so zu spielen jetzt ist voll die umgewöhnung gleich mal die erste strafe für ins und ja die ist ich muss das jetzt noch mit der schweizer gegen die machen weil die ebel die kann man noch nicht auswählen gleich mal die erste gute chance abgefälscht von was elip und wir stehen wieder am eis das erste mal seit glaube ich zehn minuten oder so und da ist die break chance ja ja tor 1 zu 0 für den vsv und marceli pinion macht sein erstes tor in der saison ein eigentor von kevin woerz ist von kyle bich und david schildz das war es wieder Ah fuck Ah passt doch Start, zweites Drittel, das steht immer noch 1 zu 0 durch das Tor von Marcel Pinho Ah schön Ah, das ist schön, was ist denn da los? Gute Chance wieder Ich hab einfach gegen die Bandi gelaufen, scheiße Ja, spiel doch raus Glen Und Marcel Pinho ist wieder am AS Immer noch Powerplay Der passt nicht durch, ich fass es nicht Oh god, Einsteins Kevin worse Oh man Digga Oh, Marcel Pinho wieder am AS Letzte Spur Oh, scheiße Schlacher, oah Das war das Sieht nicht gut aus Ich hab einfach alles Das war's Ich hab einfach alles Zähne ist. Wir haben noch ein bisschen mehr. Oh, Scheiße! Mann! Ab die Kacke! 4-1 So nicht 2-2 Neugier Vielen Dank. One minute left in the third period. 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 One minute left in the third period.